Die TSG Hoffenheim hat den griechischen Nationalspieler Konstantines Staphaelidis vom Liga-Konkurrenten FC Augsburg verpflichtet. Der 25 Jahre alte Linksverteidiger wechselt ablösefrei in den Kraichgau. Staphaelidis unterschrieb einen 4-Jahres-Vertrag bis zum 30. Juni 2023. Bildergalerie fixe Sommertransfers der Bundesliga-Saison 2019-2042 40. Bilder Staphaelidis könne als Außenspieler sowohl defensiv in einer Viererkette als auch eine Position weiter vorne agieren, sagte Alexander Rosen, TSG-Direktor Profifußball. Der Grieche sei zudem ein konsequenter und geschickter Zweikämpfer, der zudem über einen starken linken Fuß und spielerische Qualitäten verfügt, die uns neben seinem großen Kampfgeist gut tun werden. Jetzt das aktuelle Trikot der TSG Hoffenheim bestellen. Hier geht's zum Shop. Anzeige Staphaelidis, 24-maliger Nationalspieler, spielt seit 2015 beim FCA. Er absolvierte bislang 53 Bundesligaspiele. Meist gelesene Artikel Fußball, Bundesliga schnappt Bayern bei Grießmann zu. In Fußball der Absturz eines Nobelklubs Dennis Azverev mit dramatischer Entwicklung und Sport-NB die Folgen des Lotteriebebens sind. Punkt. Fußball zu Bayern? Das sagt Ten Hag Let's Block It's. Why? Punkt. Fußball zu Bayern? Das sagt Ten Hag Let's Block It's.